Kann ein Mensch mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung lieben? Ja, bei schwach ausgeprägten schizoiden Zügen gehen betroffene Menschen sogar durchaus eine Liebesbeziehung ein, innerhalb derer es aber immer wieder zu Schwierigkeiten kommen kann, etwa aufgrund von Distanziertheit, welche auch plötzlich auftreten kann und fehlenden Vertrauen gegenüber dem oder der anderen Partnerin. Mehr dazu gibt es direkt auf unserem Kanal in separaten Videos.